Herzlich Willkommen zu unserem Kurs Python für Juristen. Wir befinden uns in der dritten Kurseinheit und unser Thema lautet Strukturen. Wir werden behandeln die Entscheidungen mit IF, ELIF und ELF, die Behandlung von Fehlern mit TRY und EXCEPT, Schleifen mit WHILE und BREAK und schließlich Funktionen mit DEF. Wenn Sie diese Grundstrukturen von Python verstanden haben, können Sie bereits eher komplexe Programme schreiben. Beginnen wir mit dem Thema Bedingungen. Bedingungen setzen zunächst voraus, dass Sie bestimmte Vergleiche durchführen können. Python bietet Ihnen dazu eine Reihe von Operatoren. Den ersten kennen Sie sicher aus der Schule, das ist ein kleiner Zeichen und es besagt nichts anderes, als dass der linke Wert kleiner ist als der rechte Wert. Das sehen Sie auch an der Form. Die Spitze ist links, während das breite Ende ist rechts. Spiegelbildlich dazu das größer Zeichen, links größer, rechts kleiner. Wenn Sie zwei identische Werte haben, dann verlangt Python, dass Sie zwei Gleichheitszeichen setzen. Der Grund dafür ist, dass wir gelernt haben, wenn nur ein Gleichheitszeichen gesetzt wird, bedeutet das eine Wertzuweisung zu einer Variablen. Sie erinnern sich, A gleich in Anführungszeichen, Hallo. Daher müssen Sie zum Vergleichen zwei Gleichheitszeichen verwenden, sonst gibt es einen Fehler. Kleinergleich und größergleich sollten Ihnen auch bereits aus der Schule bekannt sein. Das sagt einfach nur aus, dass der Wert entweder kleiner ist oder genauso groß. In beiden Fällen ist die Bedingung erfüllt. Daneben können Sie auch mehrere Bedingungen verknüpfen. Die einfachste Verknüpfung ist die UND-Verknüpfung und dazu verwenden Sie das Wort AND. AND heißt einfach nur, dass zwei Bedingungen kumulativ erfüllt sein müssen. Liegt nur eine vor, reicht das nicht, es müssen beide Voraussetzungen gegeben sein. Das kennen Sie in Jura immer. Ein Verwaltungsakt muss formell und materiell rechtmäßig sein. Ein Handeln muss tatbestandmäßig, rechtswidrig und schuldhaft sein. Also UND ist dem Juristen selbstverständlich bekannt. Neben UND gibt es aber auch ODER. Dann genügt es, dass eine der beiden Voraussetzungen vorliegt. Das heißt zum Beispiel, dass es bereits an einem Merkmal fehlt oder dass zum Beispiel eine Voraussetzung genügt. In diesen Fällen hat man dann schon die Bedingung bejaht. Die letzte Variante ist NOT. NOT heißt nicht. Und das sagt, diese Bedingung darf nicht erfüllt sein. Es kehrt also alles um, was vorher gesagt wurde. Wenn es also heißt nicht größer, entspricht das kleiner und gleich. Wenn es heißt nicht kleiner und gleich, entspricht das dem größer. Sie können die Ungleichheit von zwei Werten prüfen, entweder indem Sie sagen NOT bla 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 gleich gleich bla bla bla. Sie können aber auch einfach schreiben Ausrufungszeichen gleich. Das ergibt sich daraus, dass das bildlich dem durchgestrichenen Gleichheitszeichen, also dem Ungleichzeichen, entspricht. Also statt NOT gleich gleich, können Sie auch Ausrufungszeichen gleich verwenden. Was kommt nun bei einer solchen Bedingung raus? Ein sogenannter BOOL-Wert, das hat nichts mit Kugelspielen zu tun, sondern mit binärer Logik. Es gibt genau zwei Werte, die ein BOOL-Wert haben kann. Er kann entweder TRUE sein, das heißt, war 1 oder richtig. Und das haben wir zum Beispiel, wenn wir fragen, ist 2 größer als 1? Dann ist die Antwort, ja, 2 ist größer als 1. Also ist der Wert TRUE. Sie können aber auch die Alternative haben, FALSE. FALSE bedeutet UNWAR, NULL oder FALSCH. Wenn Sie also zum Beispiel fragen, ist 0 größer 1? lautet die Antwort, das stimmt nicht, das ist gelogen, also der BOOL-Wert FALSE. Sie können nun jede Bedingung miteinander verknüpfen. Wenn Sie TRUE mit FALSE verknüpfen, kommt FALSE bei UND raus, kommt TRUE raus bei ORD. Diese binäre Logik machen wir später noch. Es ist hier hinreichend, dass Sie wissen, wie man Bedingungen grob formuliert. Wofür brauchen wir nun diese Bedingungen? Nun, wir brauchen sie, um sie im Programm zu überprüfen und bestimmte Zeilen nur auszuführen, wenn eine Bedingung erfüllt ist. Das maßgebliche Stichwort dafür ist IF. IF heißt WENN und prüft, ob eine Bedingung gegeben ist. Hinter dem Wort IF kommt als erstes der Bedingungstext, also A gleich gleich B oder B größer C. Danach kommt ein Doppelpunkt und danach folgt der Befehl, der ausgeführt werden soll, wenn diese Bedingung TRUE zurückgibt. Gucken wir uns das an einem Beispiel an. IF Streitwert kleiner gleich 5000, Doppelpunkt, Print, Amtsgericht zuständig. Das heißt, hier wird geprüft, ob die Bedingung gegeben ist. Das heißt, ob der Streitwert kleiner oder gleich 5000 ist. Soweit dies der Fall ist, also Streitwert kleiner gleich 5000, den Wert TRUE ergibt, gibt das Programm aus, Amtsgericht zuständig, Paragraf 23 Nummer 1 GVG. Dasselbe können Sie auch umgekehrt fragen, ist Streitwert größer 5000, Print, Landgericht zuständig. Das heißt, er guckt, ob die Frage Streitwert größer 5000 wahr ist. Ist das der Fall? Zeigt er den darauf folgenden Text an. Das Ganze hat allerdings die Schwäche, dass Sie so nur einen einzigen Befehl als Reaktion auf die Bedingung ausführen können. Damit Sie mehrere Befehle ausführen können, müssen Sie diese zu einem Block zusammenfassen. Mehrere Befehle werden in einem Block als Einheit miteinander verknüpft. Es wird also so getan, als sei es eigentlich nur ein Befehl. Blöcke werden in Python durch Einrückungen gebildet. Das heißt, rein visuell wird der ganze Text ein Stück nach rechts verschoben. Das können Sie tun, indem Sie Leerzeichen davor einfügen oder indem Sie Tabulatoren einfügen. Das ist die Taste mit den zwei Pfeilen auf Ihrer Tastatur. Um Ihnen auch dazu Beispiele zu zeigen, wir haben wieder die gleiche Bedingung wie eben. IF Streitwert kleiner gleich 5000. Dann wird eingerückt. Sie sehen das. Das steht hier nicht unter dem I von IF, sondern unter dem T von Streitwert. Und es kommen zwei Printbefehle. Dasselbe auch bei unserem zweiten Beispiel. Wenn Streitwert größer 5000, dann wird zuerst die Zeile ausgegeben Landgericht zuständig und dann die Zeile Vertretung durch Anwalt erforderlich. All das ist kein Hexenwerk. Sie können da beliebig viele Zeilen dranhängen. Sobald Sie wieder nicht mehr einrücken, geht es um Sachen, die immer ausgeführt werden, unabhängig von der Bedingung. Alles, was eingerückt ist, wird nur ausgeführt, wenn die Bedingung True zurückgeht. In manchen Fällen wollen Sie eine Variante haben. Wenn die Bedingung True ist, dann mache das. Wenn die Bedingung False ist, dann mache das. Dazu gibt es in Python das Wort Else. Else heißt eine alternative Bedingung, entweder oder. Auch dazu wieder ein einfaches Beispiel. Sie erinnern sich, wir hatten, wenn Streitwert kleiner gleich 5000, dann Amtsgericht, wenn Streitwert größer 5000, dann Landgericht. Wir können dieses Programm jetzt vereinfachen, indem wir nämlich diese beiden Bedingungen zusammenfassen. Dann lautet unser Programm, wenn Streitwert kleiner gleich 5000, dann Amtsgericht, für alle anderen Fälle das Landgericht. Und Sie sehen da auch in dieser If-Formulierung, dass wir den Wert True haben, wenn der Streitwert kleiner gleich 5000 ist. Das heißt, dann wird das ausgeführt, was direkt darunter steht. Wenn der Streitwert nicht kleiner gleich 5000 ist, also größer 5000, wird dann der Wert Fall zurückgegeben und es wird das ausgeführt, was hinter dem Else steht. Der Übersichtlichkeit halber möchte ich Ihnen noch mal kurz zeigen, wie sich If und Else zueinander verhalten. If wird von einer Bedingung gefolgt und diese Bedingung kann entweder True zurückgeben, dann werden die Befehle ausgeführt, die in den nächsten Zeilen eingerückt stehen. Die Bedingung kann aber auch False zurückliefern, dann werden die Befehle ausgeführt, die danach hinter dem nächsten Else folgen. Das heißt, auch da können Sie dann wieder beliebig viele Befehle einrücken. Nun kann es sein, dass Sie eine ganze Reihe von Folgeabfragen machen wollen, weil Sie ganz viele Werte differenzieren. Zum Beispiel wollen Sie wissen, ob ein formelles oder ein formloses Verfahren möglich ist und Sie wissen, nach 495 A ZPO ist ein erleichtertes, vereinfachtes Verfahren nur zulässig, wenn der Streitwert 600 Euro nicht übersteigt. Sie wissen auch, ab 5000 ist Amtsgericht ohnehin nicht mehr zuständig, da ist das Landgericht zuständig. Für solche Kettenabfragen bietet Ihnen Python das Schlüsselwort ELIF. ELIF ist zusammengesetzt aus ELIF und IF, es soll Ihnen gewisse Tipparbeit sparen und es ermöglicht geschachtelte Bedingungen. Ich habe zum Beispiel dieses Beispiel, dem 495 A aufgegriffen und Sie sehen hier, es wird zunächst geprüft, wenn der Streitwert kleiner gleich 600 ist, dann wird gesagt, vereinfachtes Verfahren vor dem Amtsgericht. Wenn der Streitwert nicht kleiner gleich 600 ist, also über 600, wird als nächstes geprüft, ob der Streitwert kleiner gleich 5000 ist. Wenn das der Fall ist, bleibt das Amtsgericht zuständig, aber es ist im normalen Verfahren zuständig. Und für alle anderen Fälle, das heißt, wenn der Streitwert größer 5000 ist, ist das Landgericht zuständig. Das heißt, dieses einfache Programm ermöglicht diese dreifache Entscheidung. Sie können unbegrenzt viele ELIF-Abfragen anhängen. Wenn Sie also mit 10 Sachen vergleichen wollen, können Sie das auf diese Weise sehr übersichtlich machen. Bisher sind wir davon ausgegangen, dass Ihre Programme immer fehlerfrei laufen. Sie wissen aber, Fehler können immer auftreten, entweder weil Sie schlecht programmiert haben, weil der Benutzer Ihr Programm falsch bedient, oder weil es technische Störungen beim Benutzer, beim Netzwerk oder in anderen Peripheriegeräten, zum Beispiel beim Drucker gab. Python ermöglicht Ihnen, auf solche Fehler zu reagieren. Dafür gibt es die Schlüsselworte Try und Accept. Das Ganze dient der Fehlerbehandlung. Ihr Programm soll dann entsprechend auf die Fehler reagieren und möglicherweise die Fehler korrigieren. Wenn Sie keine Try-Except-Befehle verwenden, bricht Ihr Programm ab. Das bedeutet, es läuft einfach nicht weiter und es erscheint eine Fehlermeldung. Alle Daten, die eingeben sind, sind verloren und der Benutzer ist frustriert. Mit Try-Except bestimmen Sie selber, was passiert, wenn ein Fehler auftritt und können im Normalfall den Nutzer retten und ihm sagen, was er tun soll. Dazu ein einfaches Beispiel. Wir haben letzte Stunde gelernt, das Umwandeln von Werten von Texten in Zahlen geschieht durch diese Klammer-Variante. Und wir haben gesagt, int Klammer auf Eingabetext sorgt dafür, dass Python aus dem eingegebenen Text eine Zahl macht. Python kann aber auch nicht zaubern. Wenn der Nutzer also eingibt, keine Ahnung, dann kann Python daraus keine Zahl extrahieren. Wenn Sie in unserem Programm von letzter Woche einfach einen Text statt einer Zahl eingeben, bricht das Programm sofort mit einer Fehlermeldung ab und das Programm ist damit nicht mehr nutzbar. Dieses Ergebnis ist für die meisten Programme wenig begeisternd, denn vertippen, dass man einen Buchstaben an eine Zahl drückt, kann man immer haben. Daher können Sie mit Try-Except können Sie auf solche Fehler reagieren und dem Nutzer eine spezifischere Meldung anzeigen oder ihn zur erneuten Eingabe auffordern. Das heißt, Sie rücken dazu Ihre Befehle zwischen das Try und das Accept. Das heißt, Sie schreiben Try-Doppelpunkt, dann kommt ein Block von Befehlen, in unserem Beispiel etwa die Umwandlung der Eingabe in die Zahl und danach kommt ein weiterer Block hinter einem Accept-Doppelpunkt, in dem auf die Fehler reagiert wird. In unserem Fall gibt der Computer einfach nur aus, es ist ein Fehler aufgeteilt. Sobald Sie also Hallo eingeben in diesem Programm, erscheint dann, es ist ein Fehler aufgetreten. Das ist eine vernünfige Reaktion. In einem echten Programm würden Sie aber eher den Nutzer zur erneuten Eingabe auffordern beziehungsweise zur Fehlerberichtigung. Try-Except hat allerdings ein Problem. Es werden nämlich zunächst mal alle Fehler gleich behandelt. Wenn Sie beim Programmieren einen Fehler gemacht haben, also in unserem Fall nicht in int umwandeln, sondern in imt umwandeln, dann gibt Python ebenfalls einen Fehler aus, weil die Funktion imt gibt es in Python nicht und damit kann das Programm nicht funktionieren. Wenn Sie diesen Befehl aber in einem Try-Except-Block unterbringen, dann kriegen Sie dasselbe Ergebnis wie bei einer falschen Eingabe. Python differenziert nicht danach, ob Ihr Programm falsch ist, die Eingabe falsch ist oder es sonstige Störungen gibt. Alle Fehler werden gleich behandelt, auch Ihre Programmierfehler und das kann den Nutzer ebenfalls verwirren. Wenn Sie also sagen, Sie haben sich vertippt, dann wird der Nutzer hier denken, er sei es schuld. Dabei sind Sie als Programmierer hier verantwortlich, weil Sie einen Fehler eingebaut haben. Um dieses Problem zu vermeiden, können Sie sagen, dass nur bestimmte Fehler von Python aufgefangen werden. Dazu müssen Sie wissen, welche Fehlertypen Python kennt und das brauche ich Ihnen nicht auf eine Folie zu schreiben, das brauchen Sie auch nicht auswendig zu lernen, sondern das können Sie bei Bedarf im Internet nachsehen. Um Ihnen ein Beispiel zu geben, eine Fehlerart sind die Value Errors, d.h. ungültige Eingabewerte für Funktionen. Und das ist ein Fehler, der nur auftritt, wenn die Eingabe falsch ist, nicht aber, wenn Sie falsch programmiert haben. D.h. wenn Sie nur diesen Fehler auffangen, dann reagieren Sie damit auch gezielt auf Eingabefehler und vermeiden, dass das Programm auch bei Ihren Fehlern einfach die Fehlermeldung anzeigt, die Sie programmiert haben. Neben Try-Except gibt es auch noch die Möglichkeit, Try-Else zu nutzen. Else ist das, was eintritt, wenn keine der Except-Varianten auftritt, d.h. wenn das Programm fehlerfrei funktioniert hat. Sie können also sagen Try und wandeln dann um, dann Accept, falls die Umwandlung nicht geklappt hat und einen Else-Block für den Fall, dass es geklappt hat. Also Sie sehen, das kann man so ausdifferenzieren, wenn man will. Letzte Variante unseres Try-Blocks, Sie können auch einen Finally-Block anhängen. Finally dient von Aufräumarbeiten, die in jedem Fall am Ende des Blocks durchgeführt werden müssen. Der Finally-Block wird aufgerufen, egal ob die Befehle alle durchgelaufen sind oder das Ganze wegen eines Fehlers abgebrochen ist. In beiden Fällen wird der Finally-Block ausgeführt, es ist ihm also egal, ob vorher ein Fehler aufgetreten ist oder nicht. Auch hierzu ein Beispiel, Sie haben wieder unseren Umwandlungsblock im Try-Teil, den Accept-Teil, der den Fehler aufhängt und den Finally-Teil, der immer ausgeführt wird. D.h. wenn Sie eingeben, Hallo erscheint, ist es ein Fehler aufgetreten, Funktion beendet. Wenn Sie 43 eingeben, erscheint hingegen nur Funktion beendet, denn es ist ja kein Fehler aufgetreten. Bedeutung erlangt das dann, wenn Sie Speicher belegt haben oder Dateien geöffnet haben, die Sie noch schließen wollen, dann können Sie das im Finally-Block machen. Diese Fälle machen wir allerdings sehr viel später im Kurs. Jetzt müssen Sie nur wissen, dass es diese Möglichkeit gibt. Gut, jetzt haben wir schon Entscheidungsmöglichkeiten und zwar Entscheidungen nach von Ihnen selbst definierten Bedingungen und Entscheidungen danach, ob ein Fehler aufgetreten ist oder nicht. Unser nächstes Schlüsselwort ermöglicht Ihnen Schleifen, d.h. Wiederholungen von Befehlsblöcken. Das Schlagwort dazu lautet While, d.h. Solange und diese Schleifen werden ganz häufig verwendet, wenn Sachen immer wieder ausgeführt werden. Solche Schleifen sind üblicherweise an eine Bedingung geknüpft, d.h. sie laufen so lange, wie eine Bedingung gegeben ist. Solange die Sonne scheint, gehe ich draußen spazieren, solange es draußen dunkel ist, gehe ich ins Bett und schlafe. D.h. Sie haben eine Bedingung, die an einen bestimmten Umstand einknüpft und solange der Umstand gegeben ist, wird ein bestimmter Befehl ausgeführt. Es wird der gesamte Block ausgeführt, d.h. es wird wieder an den Anfang des Blocks zurückgesprungen und alles, was da drin steht, wird komplett wiederholt. D.h. Sie haben theoretisch unendlich viele Wiederholungen. Wenn die Bedingung von Anfang an nicht true, sondern false ist, d.h. wenn die Bedingung nie gegeben ist, wird der Block nie ausgeführt. D.h. der Block wird komplett übersprungen, solange die Bedingung nicht zumindest einmal wahr war. Ich habe eben gesagt, wiederholen, solange ist der Regelfall, das ist im Grunde nicht viel anderes als bei unserer IF-Bedingung. Der einzige Unterschied ist, dass Sie statt IF ein WHILE schreiben. In unserem Beispiel WHILE Raten kleiner Kaufpreis, solange die Raten den Kaufpreis nicht erreicht haben, wird Ihnen angezeigt, der Rest Kaufpreis beträgt so und so viel, wie viel haben Sie gezahlt und um so viel werden Ihre Raten erhöht. Das ist eine Schleife und die endet, sobald der komplette Kaufpreis bezahlt ist oder sogar zu viel bezahlt ist. Keine schwierige Schleife, aber durchaus praxisrelevant. kann man es gibt aber auch Fälle, wo Sie etwas endlos wiederholen wollen, weil es im Grunde keinen Anlass gibt, das Programm zu beenden. Das ist etwa der Fall, wenn jemand sich vertippt hat, dann fordern Sie solange zur Eingabe des richtigen Ergebnisses auf, bis er das richtige Ergebnis eingegeben hat. Dazu verwenden Sie while true, denn die Bedingung true ist immer true und damit wahr, das heißt hier wird die Schleife endlos ausgeführt, es gibt keinen Fall, wo die Bedingung false sein könnte, diese Bedingung ist immer wahr. Beispiel dazu das Abarbeiten von Personen in einer Schlange im Supermarkt, es wird gesagt nächster Kunde bitte und der Umsatz wird erhöht um das was der Kunde zahlt und das läuft endlos weiter, denn der Laden schließt nie, das Geschäft boomt, die Sache läuft immer weiter. Damit Sie auch aus einer Endlosschleife rauskommen oder eine Schleife mittendrin abbrechen können, gibt es das Wort Break. Break heißt so viel wie Abbrechen, Zerbrechen oder Pause. Und in dem Moment, wo Python das Wort Break sieht, beendet es sofort die Durchführung der Schleife. Das können Sie zum Beispiel nutzen, indem Sie in einer Abfrage sagen, geben Sie 0 ein, um diese Schleife zu beenden. Dann können Sie sagen, wenn der Preis kleiner gleich 0 ist, dann wird die Schleife komplett beendet und das Programm in diesem Fall ebenfalls mit. Unser letztes Schlüsselwort der Ausdruck DEF. DEF steht für DEFINE und definiert Funktionen in Python. Was müssen Sie sich unter Funktionen vorstellen? Nun, es geht um das Auslagern häufig benutzter Aufgaben. Wenn Sie bestimmte Tätigkeiten immer wieder ausführen, dann können Sie die als eigenen Befehl in Python anlegen. Sie können sich also eine Art Bibliothek oder Regalbrett mit bestimmten Standardkisten bereitstellen. Genauso wie Sie nicht alles auswendig wissen müssen und im Kommentar nachschlagen können, können Sie eine Sammlung von Funktionen anlegen, die Sie immer wieder für verschiedene Programme nutzen können. Wie funktioniert das nun mit diesem DEF? Nun, hinter dem DEF kommt zunächst mal der Name der Funktion und dann kommen zwei Klammern. In diesen Klammern können Sie eine Liste von Werten machen, die an die Funktion übergeben werden. Diese Werte nennt man Parameter und die werden behandelt wie Variablen, die Sie innerhalb der Funktion zur Verfügung haben. Um Ihnen ein Beispiel zu geben, Sie können eine Funktion Menschenwürde vorrangig definieren, die einen Parameter als Text hat. Und diese Funktion macht nichts anderes als zu sagen, die Menschenwürde hat Vorrang vor diesen Paragrafen, denn die Menschenwürde ist unantastbar und hat vor allem Vorrang und das heißt, diese Funktion hat immer recht, egal welchen Paragrafen sie der Funktion übergeben, es kommt immer der Satz, die Menschenwürde hat Vorrang vor diesen Paragrafen. Wie kann man nun solche Funktionen aufrufen? Ganz einfach, durch Name und die Angabe der Parameter. Also in unserem Beispiel würden Sie aufrufen Menschenwürde vorrangig Klammer auf in Anführungszeichen 433 BGB und dann würde das Programm Ihnen sagen, die Menschenwürde hat Vorrang vor Paragraf 433 BGB. Das ist nicht viel anders als bei Print oder Input Das sind schon Standard Funktionen die Sie kennengelernt haben. Im Laufe dieses Kurses werden wir sehr viele Funktionen importieren und diese benutzen Das heißt Sie werden nicht jede Funktion selber schreiben sondern Sie werden viele Fertig Funktionen nutzen Das ist nichts anderes als beim Essen machen Sie können auch eine Dose von Knorr oder Maggi aufmachen Auch das ist genießbar Was muss man noch wissen Funktionen können Werte zurückliefern Auch das kennen Sie Input liefert ja bekanntlich einen String Wert zurück einen Text den Sie dann weiter verarbeiten können Das können Ihre Funktionen auch Den Ergebnistyp gibt man an mit einem Minus größer Zeichen Das stellt einen Pfeil nach rechts dar hinter den Klammern der Funktion Zum Beispiel können Sie eine Funktion machen die Ihnen einen Bool Wert das heißt True oder False zurückliefert auf Angabe eines beliebigen Paragrafen dann Dann Sie so schreiben wie unserem Beispiel dort unten def wie definiere eine Funktion menschenwürde vorrangig das ist der von Ihnen selbst gewählte Name und in Klammern dann die Liste der Parameter hier Paragraf Doppelpunkt str und dann minus größer bool das heißt gibt einen bool Wert zurück und diese Funktion prüft ihren Parameter gar nicht und gibt automatisch True zurück denn es hat ja immer die Menschenwürde Vorrang das heißt ich muss mir gar nicht angucken welchen Paragrafen ich vergleiche damit haben wir unseren Pflichtstoff erledigt und Sie haben die Theorie Lektion gemeistert das ist alles sehr viel und sehr abstrakt daher haben wir auch diese Woche wieder für Sie einige Beispiels Programme und das kommt in unserer Kurseinheit Nummer 4 ich hoffe ich sehe Sie dann wieder